Dann ist Klausel für den SVDH Großkrossenburg und es halten sich bereit hier an der Sitzung 20,1 27,3 28. Ich denke mal, ich muss mal Parcours-Betrehung, gell? Wer hat die Namen? Ich glaube, ich bin ein Diss für dieses Team. Auf Start sehen wir dann gleich die 126. Whisky mit Michael LaRouche für den VSE Offenbach und außerdem kürzlich bereit halten die 127,1 28 und 129. Ich glaube, ich bin ein Diss für das Team.